Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video möchte ich gerne auf Selling eingehen, denn die haben ihre Quartalzahlen vorgestellt. Nach den Quartalzahlen möchte ich nochmal ganz kurz ganz ganz kleine News besprechen und dann nochmal in den Chart gehen. Wir können das schon sehen, aktuell sind sie bei minus 13,7%, 394,2 schwedische Kronen, die ringen gerade so ein bisschen um die psychologische 400er Grenze, manchmal ist es knapp da drüber, dann fällt es ziemlich schnell aber auch wieder zurück. Davon jetzt mal unabhängig kommen wir mal zu den Quartalzahlen. Und zwar sind die Quartalzahlen auf ganzer Linie schlechter als die Schätzung gewesen. Man muss einfach sagen, die Schätzungen waren bei minus 0,13 schwedischen Kronen Gewinn bzw. in dem Fall natürlich Verlust pro Aktie und geworden sind es jetzt minus 0,9 schwedische Kronen. Also man hat um einiges mehr Verlust gemacht, als eigentlich geschätzt wurde. Und beim Umsatz sieht das Ganze auch nicht viel besser aus. Dort lag die Schätzung bei 154 Millionen schwedischen Kronen und geworden sind es 129,5 Millionen schwedische Kronen. Man muss jetzt also sagen, diese Abstrafen, die wir hier gerade sehen, liegt jetzt nicht daran, dass einfach nur ein Abverkauf ist oder Sell on Good News, sondern einfach wirklich, dass die Quartalzahlen weit unter den Erwartungen waren, die man halt geschätzt hatte. Es gab ja auch News zu Selling und zwar wird man mit UPM Medicalls ja zusammenarbeiten. Selling ist ja im Prinzip ein Hersteller von 3D-Prints auf biologischer Basis, also biotechnische 3D-Prints, um das mal so zu sagen. Und da wird man dann mit den Zusammenarbeiten. Das Ganze wurde noch verkündet. Man hat das Ganze dann nochmal genauer erläutert. Ich glaube am 7.4. ungefähr war das. Also das ist jetzt schon ein bisschen hin. Da muss man sagen, seitdem war hier auch ein ziemlicher Anstieg zu sehen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass es nicht im ersten Quartal, das ist natürlich schon im zweiten Quartal, heißt also diese Gewinne und die Umsätze, die damit gemacht werden, sind selbstverständlich nicht mehr im ersten Quartal drin. Dementsprechend bleibt abzuwarten, wie es jetzt über die nächsten Jahre hinweg wird, beziehungsweise die nächsten Quartale hinweg. Um auch nochmal auf den Chart einzugehen, man muss natürlich auch einfach sagen, wir können das hier sehen, diese Aktie ist einfach extrem stark gestiegen. Wir können das hier mal sehen vom Einstiegspunkt im Prinzip. Hier unten sehen wir zum Höchstzeitpunkt 5800%. Selbst wenn man jetzt einfach mal ungefähr ein Jahr nimmt, dann heißt das also im Mai 2020 Roundabout. Da können wir dann hier sehen, sind wir hier ungefähr in diesem Bereich. Selbst von dort aus sind wir noch knappe 300% gestiegen, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt noch immer 185%. Deswegen ist das Ganze natürlich jetzt nicht der Weltuntergang, gerade wenn man früh eingestiegen ist. Wenn man jetzt hier natürlich am Höchstpunkt eingestiegen ist, ist das natürlich um einiges ärgerlicher mit knapp minus 28%, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn wir uns jetzt hier mal die Widerstände und Unterstützung angucken, ich mache die Widerstände hier mal grün, damit es ein bisschen ersichtlicher wird, haben wir hier eine Unterstützung, die hat auch sehr, sehr gut gehalten, bei knapp 340 schwedischen Kronen. Die hat sogar 1 zu 1 gehalten, muss man sagen. Dann haben wir hier bei 382,8 schwedischen Kronen noch eine Unterstützung, Tageschlusskurs, beziehungsweise während des Tages sind wir dann natürlich mittlerweile schon wieder drüber. Wir sind hier unten eingestiegen auf der Linie bei 380 schwedischen Kronen ungefähr und jetzt gerade sind wir halt bei knapp unter 400 schwedischen Kronen. Es wird jetzt sehr interessant, in welche Richtung das Ganze jetzt die nächsten Tage sich entwickelt. Unter diesen Abwärtstrend, den wir hier seit dem 21. Dezember hatten, sind wir natürlich mittlerweile drunter. Man muss aber auch sagen, wir haben hier nochmal einen Aufwärtstrend, der ein bisschen länger schon gilt. Ich zeichne ihn mal nach ganz hinten ein, damit es ein bisschen schöner aussieht. Vom 20. März, so wie halt viele andere Aktien auch und der ist natürlich noch relativ weit weg. Vom jetzigen Zeitpunkt sprechen wir aktuell von ungefähr 20%, während wir natürlich während des Tages schon einen Ticken näher dran waren. Ich muss auch sagen, wir haben hier auch noch die 200-Tage-Linie, das ist die blaue Linie, die ist auch aktuell noch da drunter. Das heißt, also auf längerfristige Sicht sind wir natürlich im bullischen Bereich. Was jetzt für mich wichtig ist, dass wir nicht unter diesen Aufwärtstrend kommen. Also der hier wäre so ein bisschen so ein Trendbruch, um das mal sozusagen spätestens unter der 200-Tage-Linie würde dann ein Trendbruch kommen. Deswegen würde ich sagen, da würde ich aufpassen. Nichtsdestotrotz einfach eine Aktie, die extrem stark gelaufen ist, auch extrem in diesem Aufwärtstrend und ich denke mal, das könnte jetzt eventuell mal ein Dämpfer werden. Die Frage wird halt sein, wie es sich über die nächsten Tage und Wochen hinweg dann einfach entwickelt. Denkbar wäre auf jeden Fall, dass wir in diesen Bereichen bleiben zwischen 364 und 450 schwedischen Kronen ungefähr. Das heißt also, dass wir eventuell jetzt diese Gap im Laufe der Tage oder der Wochen mal schließen in die Richtung 434. Darauf könnte man natürlich auch spekulieren, dass wir in diese Richtung gehen und sich dann zum Beispiel einen Stop-Loss hier ungefähr auf dieser Linie setzen. Die grüne Linie, das können wir jetzt hier sehr, sehr gut sehen. Dort sind wir mehrere Male abgeprallt und hier ist auch eine Gap entstanden. Eventuell nimmt man dann unter der Gap quasi einen Stop-Loss und spekuliert einfach darauf, dass wir hier zumindest mal in Richtung 50-Tage-Linie kommen und halt die Gap schließen. Ansonsten wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen noch. In nächster Zeit sollten wir jetzt innerhalb der relativ kurzfristiger Zeit wieder zurück in diesen Aufwärtstrend kommen. Der ist natürlich gebrochen. Nichtsdestotrotz wäre es einfach ein bullisches Zeichen, wenn wir hier wieder zurückkommen. Und wie gesagt, solange wir in diesem Aufwärtstrend sind, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.